So und damit willkommen zurück zu Gas Station Simulator. Die Tankstelle läuft. Oh hier. Wieder jemand, der ein bisschen Sprit braucht. Aktuelle Aufgabe, ich soll an die Telefonzelle. Wir haben von unserem Onkel Fett Schulden. Ja, ich gehe doch schon an die Tankstelle. Oh, was? So? Ja, ich möchte das doch zurückzahlen. Aua. Scheiße. Ja, aber 5000 Dollar. Also so innerhalb von 10 Minuten sehr wirtschaftlich. Einfach unmöglich. Und wer ist das? Das ist die Mafia. Mitten in der Wüste von Texas, New Mexico, Arizona. Keine Ahnung, wo wir genau hier sind. Irgendwo an der Route 66. Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Aufgabe erledigt? Moment. Der Onkel. Hab ich das gerade geträumt? Ja, ich gehe über das Telefon. Hey, Onkel. Ich dachte, ich bin ja auch. Ein kleines Geschenk. Ein kleines Geschenk. Okay, ich gehe über das Lager wieder in. Ähm, ich schließe alle Ziele ab. Ähm, Moment. Hier, die Frau, die möchte erst mal auch ein bisschen Benzin haben. Ähm, Außendekoration gekauft. So, Moment, 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 so. Ähm, ich glaube, ich muss mal Benzin mit der Nacht bestellen. Oh Gott, wir haben über 1000 Dollar. Moment. Achso, weil wir kein Darlehen mehr haben. Äh, Lieferung, Kraftstoff. Wir bestellen noch mal 100. Oh, hier ein Kunde, der was gekauft hat. Äh, okay. Neun? Neun Produkte. Mist. Das habe ich vergeigt. Das hatte ich nicht über einen Scanner gezogen. Na gut, dann hat er es kostenlos bekommen. Und so. Was? Ey, du hast was geschenkt bekommen. Meine Fresser. Und so. Oh Gott. Die drängeln sich ja hier bei mir. Was ist mit dem laufwandlichen Ordner? Was habe ich gerade falsch gemacht? Ach, weil ich es nicht regelmäßig sauber gemacht habe, ist es stehen geblieben, oder wie? Verdammt. Ja. Jetzt kann ich es nicht sauber machen. Okay, okay. Hier steht bestimmt schon wieder jemand, der tanken möchte. So. Okay, wer hupt da? Hilfe. Ähm. Ähm. Ja, so der tankwagen. Ja, Moment. Ich mach doch schon. Meine Fresse. Ich mach gleich die tankstelle zu. Ja, gerne doch. So, ist hier jemand drin? Nein. Warum ist hier Müll? Ich schließe gleich die tankstelle. Alles irre hier. Was ist hier los? Polizei über Polizei. Ähm. Außendekorationen, tankstelle. Ähm. Was für eine Außendekoration? Moment. Ich mach mal kurz gucken. Dekorationen. Außenbereich. Ähm. Kaufen. 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 Notiztitel? Kaufen. Erstmal raus. Wir müssen hier tanken. Äh. Quatsch. Fortsetzen. Fortsetzen. Äh. Wie komme ich hier grad aus dem Menü raus? Fegen. Du blöde Bank. Wie kann ich dich wegmachen? Drücke Tee für mehr Infos? Nein. Moment. Wenn ich einfach speichern mache. Okay. Okay. Wir sind wieder im Spiel. Hier ein Polizist will was kaufen. So. 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 Okay. So. 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 weil ich sauber gemacht habe so okay hier ist schon wieder jemand der sprit braucht erwerbe die ausrüstung der tankstelle auf level 2 im moment ich muss erstmal hier ein bisschen Müll einsammeln wie klingt das nochmal? da ist Müll? das ist doch kein Müll oder? ok wir fegen mal ein bisschen ist das Schmutz? mein Tankstelle sieht auch aus wie ein Zauhaufen hier was ist das schwarze? hat sich jemand übergeben oder was? ach das könnte ein Farbspritzer sein als ich gestrichen habe ah geh weg geh weg geh weg du lause junger verschwinde verschwinde weg 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 ach verdammt ist das Dreck? oh Gott hier stinkts nach Müll warum kann ich den Müll nicht mitnehmen? so was ist hier schon wieder? achso ich soll Zeugs kaufen stimmt nur schnell hier hier ist das Dreck hier ist das Dreck äh verdammt nochmal wie kriege ich das weg? überstreichen Farbe ich glaube die Farbe hatten wir so hier auch noch schnell lässt sich ein Farbe drüber so ich habe Kundschaft ja guten Tag mal einmal zweimal dreimal vier was so dankeschön wie sieht es hier aus? schon der nächste der Benzin braucht ich brauche meine Güter ich brauche Angestellte hier wenn das so weiter geht so ihr Fräulein guten Tag sie haben was gekauft schwupps schwupps und schwupps ja sie auch oh äh wollen sie sich was anziehen? Kollege hm ach der will Müll mitnehmen? sehr gut sehr gut immer nehmen sie Müll mit diese Stinkbombe oder was der hier gemacht hat kann ich das irgendwie weg weg wegkehren wegkehren niemand hier was ist das für eine Brotdose? warum der Müll? verdammt wir könnten nochmal kurz speichern so dann gucken wir mal ob wir die Upgrade prokaste ich einen Moment mehr Infos Anforderungen Stufe 2 Finde einen Weg das Lagerhaus zu betreten und das Tor zu öffnen ähm Moment Lagerhaus ich glaube ich schließe jetzt erstmal hier die Tankstelle das wird mir grad hier ein bisschen fahren die jetzt heim? wird grad zu stressig hier alles wa oh ok jetzt wurde die äh die die Wand verrückt gut dann gehen wir hier erstmal wo auch da ist das alles Müll? springen das ist schrott keine ahnung was das für ein teil ist wahrscheinlich auch alles also ist das der müllcontainer der so stinkt ja nicht getroffen jetzt ist es drin gut ich würde sagen ende für diese folge tschüss ciao bye bye bis zum nächsten mal